Jetzt schlau. Echt, ne? Ja, jetzt schlau eine Runde. Jetzt schläft? Mhm. Aber wo schläft das? Der Hodo. Brav machst du das Hodo. Du bist ganz brav. So. Was hab ich denn jetzt überhaupt alles eingeschraubt? Was ist denn das alles? Weiß ich nicht. Schafs Fell. Wolle. Wolle. Baumwolle. Ah, ich weiß schon, was ich machen wollt. Wollst du den machen? Wo gehen wir denn hin? Einfach den Weg zurückfolgen. Einen Grill wollt ich schauen. Da ist noch ein Schaf. Einfach nur den Weg zurückfolgen holen. Ja, gleich. Ja, gleich. Gibt's nicht. Gleich gibt's gleich. Gleich noch einen kurzen Werbe unterbrechen. Mhm. Ja. Leider geil. Der Weg zurückerfolgen. Da ist eine Kuh auch. Also verhungern tun wir da nicht. Na. Sicher. Das gibt mir recht. Nee. Oh, verduscht denn Lust? Äh, was magst du da? Was denn? Renne ich da falsch, oder was? Zum Ersten, ernst du falsch. Ich hab keinen Topf. Oh, der macht mich fertig. Wieso renst du mir hinterher? Das verstehe ich ja nicht, warum du hier hinterher rennst. Äh, ja nicht. Ich hab euch lieb, beide. Ich dich auch holen. Weiß ich. Und Hero natürlich auch. Mhm. Weiß ich. Weiß ich doch, ich hab keine Ausdauer. Ey, hol los. Ich geh jetzt, Pusser. Weil ich Durst hab. Ich geh mal ne Runde schwimmen. Okay. Nein, mag ich nicht. Mag ich nicht. Er müffelt nicht mehr. Mhm. Den Gewaschen. Was? Frisch gewaschen. Wer ist gewaschen? I, bin frisch gewaschen. Ich bin schon wieder bloß hunder worden. Ich bin dann verhungert. Nice. Ja, dann ist wohl. Willst du auch mal? Mhm. So, da kriegt man Stein. So, wieder gesättigt. Und Hula hat einen schönen Weg gebaut. Einen schönen Weg gebaut. Ich schau's eigentlich morgen mit Datteln aus. Weiß ich nicht. Was? Mit wem? Bis morgen mit Spielen ausschaut. Ja, ich kann morgen ab 17 Uhr, weil morgen kommt ja der Sascha wieder, ne? Ja, es geht ja sowieso nur um abends und nachts. Am Abend und nachts, okay. Ja, wenn nicht, brauch jemanden, der mich wach hält. Ah, ja, ca. 17 Uhr herum. Wann geht das? Wieso, was heißt wach halten? Weil ich ja dann noch los muss. Hä? Ich muss dann noch meine Freundin abholen. Was, morgen? Morgen, abends, ja. Bis um 8 Uhr. Kommt die mit dem Zug, oder wie? Ne, die kommt mit dem Auto. Aber die ist halt auf dem Konzert in der Nähe von Dekken durf. Ah, was für Konzert? Die Straubgänger mit. Ah, okay. Todola, grüüüüüss. Der fängt Julio wieder an zum Singen. Hör auf. Nein, ich hasse das Lied. Aber ich fände, das alles von den Bessern tatsächlich. Ja, von Ernaus schon, das ist richtig. Olu, hier ist auch nichts. Wo weißt du jetzt auch Schlimpfind drauf gingen? Da finde ich manche Bands, wo es die Kurven schlimmer ist. Ja, zum Beispiel, wie heißt denn die Gaff wieder? Äh, Atemlos durch die Nacht. Ja, die ist auch schlimm, Helene. Ich meine, ich wollte nicht wie die heißt Gaff. Helene Fischer. Ah, ja. Das Schweinchen. Wo ist ein Schweinchen? Wo ist ein Schweinchen? Ja, ich, oder wie? Gemein. Achso, nein, ich bin ja der Dinosaurier. Ich bin hier weg. Du bist ein Arsch, du Arschgege. Der ist frech. Wieso frech, du bist so ein Wildschweinchen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Aua. Aua. Hör auf. Schlag mich nicht. Ich bin eh so kaputt. Nicht, weil am Anfang irgendwer mich geschlagen hat. So kaputt. Ich war es nicht. Wer sonst? Was? Hä? Hallo? Wer ist auf mich losgegangen? Ich war es nicht. Sondern war es der Hero, der auf meinen Kopf herumgesprungen ist. Ich weiß von nichts. Ja, 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 ja. Ich weiß von nichts. Ja, 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 ja. Das ist so, oder? Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. Jungs trinken. Ich bin gesättigt. Bei mir passt das. Hä, wie soll man denn Jungs trinken? Ich habe jetzt gemeint, in echt trinken. Jetzt habe ich nämlich durchgekommen. Ja, also wie sollen meine Jungs in echt trinken? Habe ich doch schon gemacht. Cool. Blech. Die Jungs in echt trinken. Mhm. Wie macht man das? Äh, nein, ihr sollt trinken. Ach so, wie? Hier. Ja. Wie viele Steine habe ich denn schon? Weiß ich, ne? Wie hast du denn? 64. Also da brauche ich noch. Ich habe einen Kübel gefunden. Jetzt habe ich den blöden Ohrwurm von der Cordula Grün, Alter. Den, den, den. Hier ist Cordula Grün. Ich habe sie tanzen gesehen. Toll, ich auch. Danke. Hast du in Hero sein Stream laufen, Max? Nee. Warum? Ah, da gibt es ein geiles Lied. Da gibt es ein geiles Lied? Ja. Warte mal. Ich mache es einmal kurz. Da muss ich einmal kurz lauter drehen. Mach doch. Lach doch. Wenn es es noch gibt. Weiß ich nicht. Gibt es vielleicht noch mal. Wenn es es noch gibt. Ich sage einmal, wie es. Äh. Yes, yes, yes. Jetzt werden alle taub. Wahrscheinlich. Das ist so geil. Und das Rockefeller Street. Ist zweig von meinem Besten. Das Rockefeller Street kenne ich. Das ist sehr cool. Ich höre nichts, Voodoo. Was? Ist ja schon vorbei wieder. Ich höre auch nichts. Da hängen die Steine in der Luft. Mhm. Normal. Standard. Ich bin neugierig, wenn ich wieder endlich einmal. Was denn? Äh. Gesund wäre. Ja. Wieso gesund? Weil ich noch. Mein Lebensbalken ist vielleicht nicht einmal viertel voll. Wir sind noch nie gesund. Deswegen sind wir auch hier. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich? Das ist ne gute Frage. Magst du vielleicht einen Grill? Ne, einen Ambers wäre nicht schlecht. Weil dann könnte man glaube ich die Eisenplatten ummachen. Ach so. Stimmt auch wieder. Hm. Der Hohle wolltest du nicht irgendwas machen? Dann renne ich jetzt so schnell los. Was woll' ich machen? Du wolltest doch irgendwas machen. Ich wog grad Stein sammeln fürs, fürs Haus. Mhm. Ich glaub die sollen mich fürs Haus ums Haus kümmern. Ja, meinte ich ja. Wolltest du nicht was machen? Oh, man kann die einfach auch ernten. Die Schafe. Ne, ja, kann man. Ich hab die gemeint, ich muss das toll töten. Ich kümmer mich da um die Steine. Dann haben wir irgendwann keine mehr. Was? Steine? Schafe. Ach so. Steine? Deine haben wir reichlich. Haben wir dann keine mehr? Du kannst doch in die Höhle graben. In die Hölle, Hölle, Hölle. In die Hölle, Hölle, Hölle. Das ist ja wirklich Minecraft. Minecraft in 3D. Mach, vielleicht, vielleicht hol' ich mir's einmal. Aber es dauert noch. Mannschaft. 2.0. Okay, ich bin da reinfallen schon wieder. Was ist mit deinem Ding ins Bummens? Weil sonst gibt's mir eh keine Ruhe. Wenn ich mir das nicht hole. Wie groß ist denn der Schmarrn überhaupt? Ähm, 29,99. Bist du? Ja, das ist ja auch ein gutes Spiel, Holo. Nein, ja, ich weiß es nicht. Wirst du sagen, dass Walheim kein gutes Spiel ist? Oder 7D? Das glaube ich ja deswegen nicht gesagt. Aber Minecraft ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, ich weiß es nicht. Die vier eckeren Maxeln. Jupp. Ey, es sind Maxeln, ja. Das kann ja nur cool sein. Und lustig. Und lustig sowieso. Was? Du darfst das auch spielen? Ich hab's gespielt. Du hast das gespielt. Also spielen würdest du das nicht mehr spielen? Wieso nicht? Na klar. Weiß ich ja nicht. Ich frag dich ja. Ich bin jetzt nicht mehr alleine. Es kann Spaß machen alleine. Alleine macht nix an Spaß. Außer Hausflipper. Aber auch selten. Hausflipper? Hausflipper macht mega Spaß. Gell? Hab ich gestern wieder was angefangen. Mhm. Da spiel ich gleich PC Zerstörungssimulator. Und das WW2 oder wie das heißt. Das macht auch mega Spaß. Was WW2? Warte Weltkrieg gefällt dir wohl noch nie. Hahaha. Was? Was? Du hast n Kriegsspiel. Mir gefällt Zweiter Weltkrieg. Ja, Kriegsspiel. Ja, genau. Da musst du alles wieder aufbaust. Oder restaurierst oder renovierst oder so. Ach du meinst den Aufbausimulator oder was? Ja. Ah. Da ist nicht schlecht. Ich hab die Demo gespielt. Ja, ich hab mir das Spiel gekauft. Wenn mir die Demo so gefallen hat. Ich war mir nicht unsicher weil es vorher so 60 Euro gekostet hat. Was? Nee, das hat keine 60 gekostet. Doch am Anfang hat es 60 Euro gekostet. Nee. Wie die 60 kostet weiß ich nicht. Ich glaub das hat 30. 30 hat's glaub ich gekostet. Weil ich gesagt hab ok bis 30 geh ich aber mehr nicht. Also das teuerste Spiel was ich mir mal gekauft hab das hat 190 Euro gekostet. Öff ist der verrückt. Ey wieso das ist gut. Dass du verrückt bist. Mhm. Und wahnsinnig. Und 90 Euro den man nie als Spiel kauft. 190. Ach und nenn mal der. Nee. Ich bin kein Fan von meinem Geld. Ich bin kein Fan von meinem Geld. Nee ich bin kein. Was? Darfst du es mir nur schenken oder? Dein Geld. Wenn du dir ein Fan dran bist. Ich bin kein Fan von meinem Geld. Ich bin kein Feind von meinem Geld. Nein. Feind. Ihr Fan verstanden. Ich auch. Feind. Richtiger Fan. Hab ich auch verstanden. Feind. Schnucki. Dein Erzfeind. Hör. Du bist nicht. Ich hab ein Geld. Ich hab ein Geld. Hör. Hör. Oho. Hör. 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 45, ich hab... äh... ...Reistex. Was passt? 3x64 Okay, wie viel hab ich? Äh... 1, 2, 3... 3x64... ...und... Ein bisschen was. Kannst du das rüber geben oder wie? Kann ich die in die Kiste packen? Oder soll ich ja mal meine nehmen? Kann ich die in die Kisten packen? Du gehst die in die Kisten packen? Mhm. Okay. Ich geh das an. Hey, was magst du da? Weiberarbeit. Weiberarbeit. Hey, du hast aber coole Haare. Schon, gell. Weiberarbeit. Willst du Schafswolle haben? Du kannst mir alles an Wolle geben. Und ich werd ganz viele Sachen... Was machen? Wie machen wir das? Da? Einfach an dem Weg... Was ist das? Baumwolle nimmst du auch? Ich nehm alles. Bitte sehr. Guck, guck, guck. Was? Guck, guck, guck. Genau, guck, guck. Äh... F... Äh... Fleisch. Oh mein Gott. Mehr mehr kaufen. Kaka, kaka. Blast mehr. Kaka, kaka. Dafür kann man ja mehr oder nicht... Wie kann man eigentlich noch mal... Wollen wir uns irgendwie drehen? Ja, mit Pfeiltasten. Ah. Das hab ich auch rausgefunden. Wenn mir gedacht hab, irgendwie muss man sich drehen. Achso, warte mal. Ich wollt ja mal schauen wegen einem Grill oder was. Wenn wir mal ordentlich essen. Ey, hol doch. Passt du, oder? Was? Passt du. Es passt ja, oder? Die Kiste. Ja, warte ein bisschen. Äh, wo ist denn das drin? Nein. Verschiedenes. Ups. Da ist ein Grill. Du drück mich immer wieder. Sondern Mist. Eisenstab. Grillrost. 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 Aaaaah. Was ist denn Grill? Frost. Es ist... Es ist ein Grillforst. Oh, du. R... Rost. Ach, Frost. Was ist denn Brost? Nicht Frost. Rost. Dann bin ich fertig. Ah. Grill. Geh. Warum kann man das alles nicht machen? Kann benutzt werden, um Fleisch zu grillen. Kann nur über Lagerfeuer platziert werden. Oh, es ist so dunkel in der Höhle. Wahnsinn. Wir brauchen einmal Eisenplatte und viermal Eisenstab. Betracht. Ja, und dafür braucht man einen Ambass für den Stab wahrscheinlich. Jupp. Ja, der Hero weiß natürlich, weil der hat sich schon durchgespielt. Immer doch. Der hat gleich mal schnell eine halbe Stunde Endgame content. Ich weiß auch nicht, wie das, wo es herkommt. Weiß ich auch nicht. Kann ich dir jetzt auch so nicht sagen. Wie der Neist. Ja, das ist für Wettbewerb. Aber Grillspieß oder was gibt's nicht? Was ist ein Grillspieß? Doch, gibt's schon. Ja, was? Was drauf geben kannst, dass du da was machen kannst? Gibt's auch, ja. Blei wo? Äh, einfach im Inventarcrafting. An normalen? Okay. Ja, Crafting und dann unter Allgemeines. Allgemeines. Dann gibt es einen Bratspieß und so andere Spieße. Wollt ihr einen Spieß nehmen? Der Kuhle, der Kuhle halt. Probiert einfach mit beiden aus. Probieren wir beide aus. Bratspieß, herstellen. Aber Kohle ist echt selten. Kann ich den nicht herstellen oder wie? Was kannst du nicht herstellen? Hab ich eh schon. Wo ist das Lager vorher? Wo war denn das jetzt? Ey, Hulu. Platziere. Kannst du das hinbekommen? Wo ist das andere? Äh, was? Kannst du das hinbekommen? Oder kannst du das nicht hin? Was? Was kann ich hinbekommen? Ob du das hinbekommst? Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Weiß ich doch nicht. Da kannst du nichts machen. Äh, du brauchst manchmal ein Stück Fleisch. Hab ich ja Fleisch eingesteckt? Ja. Na, Kartoffeln kann ich auch nicht drauf spießen. Nein, wie ist das? Das hast du gegessen. So geht's? Wie? Hm? Eh nicht. Du musst mit dem Fleisch da oder mit dem Dings da drauf auf den Staberl am Anfang. Und dann? Und ich glaub dann? Links? Linke Maus? Nee, geht nix. Ach, keine Ahnung. So, hab ich noch Staberl? Ja, aber zu wenig. Können wir noch Staberln? Nope. Ich brauch ich Holz. Wie brauch ich denn da? Äh. Ich hab sogar eine Zuckerrübe gefunden. Ich hab sogar eine Zuckerrübe gefunden. Ich habe sogar eine Zuckerrübe gefunden. Ich habe eine Zuckerrübe gefunden. Ich habe eine Zuckerrübe. So. Was willst du von mir? Äh, allgemeine? Nichts. Nein. Rohstoffe. Ich will nichts von dir. Ob brauch ich. Es wird aber wieder Nacht. Oh du. Ja. Oh, ich mag mal so Chili essen. Chili? Wie schmeckt? Weiß ich nicht. Probier mal. So. Allgemeine. Oh, die schmeckt ganz lecker. Oh, die macht aber Trinken weg. Mhm. Das ist noch ein Producer. Erstmal Wassermelone. Die Wassermelone war gut. Oh ja, die ist top. Wassermelone ist das beste. Äpfel aber auch. Ja, Äpfel haben auch nicht schlechte Stunde. Hä. Warum geht das nicht? Was denn? Weil es keine Beine hat. Das geht nicht, Hulu. Oder geht das nicht, weil das da... Das geht ja gar nicht. Oh, der Schwede. Ich glaube dafür brauchst du was anderes. Was? Was? Äh, aber wann ist nochmal? Ich hab vorhin gesehen. Wie kriege ich das wieder weg? Gar nicht wahrscheinlich. Dann haben wir auch mal kaputt, ne? Was? Uh, woa denn ist nochmal? Was? Was wohn erzählt? jetzt probieren wir das mit fleisch was ist der fleisch es wird es dunkel nein ich würde es nicht essen ja grill du brauchst ein grill dafür für das fleisch grillen ja ich glaube da müsst ihr einen grill nehmen oder ein smoker ja das geht so nicht oder du brauchst ein grill rost übers lagerfeuer ja das wollte ich ja aber du hast gesagt da brauchen wir zuerst das ding dafür brauchst du eine eisenplatte also kann man das auch vergessen das wird man viel fisch brauchen ja wir brauchen jetzt mal einen anboss als erstes also mache ich das auch hin auch hin machen ok weil mich das holz wieder weg liegt hier schon wieder das brechst mit mir hallo mit euch nach alles nicht die kisten die holzkisten doch lichter fackel ja also holz gehen wir wieder da rein nicht am fahrer dünner 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 Da. Das schauen wir mal. Da. Also jetzt muss ich das einmal weggerammern da ist. Wo ist denn das jetzt hier? Wo ist denn das? So. Drei. Wo hast du denn hingestellt wo du? Was? Was hast du denn hingestellt? Ich habe gar noch nichts hingestellt. Ich stelle das jetzt alles einmal da hinter die Zelte. So. Nein. Das sieht aber schick aus. In der Höhle war es wahrscheinlich drin oder? Wo ich jetzt gerade drin. Wo ich drin bin. Keine Ahnung. Da waren hunderttausend äh äh. Das ist voll cool. Es gibt ja Dungeon oder was von den Wegen. Max, du musst dich da auch ein bisschen verbalisieren. Was muss ich? Verbalisieren. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich will ein Haus bauen. Jetzt muss ich weg oder wie? Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Hier darf kein Haus gebaut werden. Hier darf kein Haus gebaut werden. Naturschutzgebiet. Ich muss alles, ich muss das auch weggegeben da da. Du kannst doch nicht einfach mich verbannen. Ich bin doch gerade so schön am Garten. Mach ich eh nicht. Du kannst dieses Objekt nicht aufheben. Kannst doch nicht. Falls es nicht geht. Muss ich das auch hin machen? Mhm. Oh mein Gott. Wir hatten die Kiste vollstrom platziert, ey. Das war auch ein Held. Na wer? Wer hat denn die zweite Kiste gemacht? Ich was? Drei mal das Drahten. Ah ja. So. Du musst ein kluges. Kluges muss es gewesen sein. Hier holen. Was? Lass mir Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Allgemeines Feuerstelle. Ah. Wieder kein Holz. Ah. Ah. Holz. Kraw. Kraw. Ich wollte mir auch so ein Rechen bauen. Wo ist denn das? Äh. Ich habe unter Werkzeug glaube ich. Unter Werkbank oder Werkzeug? Ah okay. Da braucht man ja Eis zu bauen. Baumstammstück. Hm. So jetzt habe ich schon Baumstammstück. Okay. Oh Gott. Baumstammstück. Aber das Echo unten. Das hört sich echt gut an. Echo Echo. Mhm. Nein. Nein. Okay. Nein. Nein. Doch. 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 Nein. Nein. Jetzt muss ich Holz fällen. Nein. Musst du das machen. Oh du. Was soll das? Gib doch nicht mit echten Dingen zu. Au. Brainst du nicht kauf? Aua. Au. Das tut weh. Au. Das tut weh. Au. Das tut weh. Das tut weh. Kartoffeln habe ich eingesammelt. Okay. Hab ich auch. Oh die bringen nichts umgekocht. Kirschensetzlinge. Kann man einen Kirschenbaum machen? Kannst du. Da bist du. Gelbe Blume. Wir rennen schon wieder in die falsche Richtung. Mop. Mop. Wenn der auf den Kopf fällt, macht keinen Schaden. Hab's ausprobiert. Hast du ausprobiert. Okay. So. Crafting. Na endlich. Crafting. 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 Tralalala. Tralalalalala. Tralalalalalalala. Tralalalalala. Tralalalalala. Was ist denn das? Muss ich den Ding jetzt auch wegmachen? Den Furnace? Ja war nicht schlecht Maxillern. Aber da ist noch voll viel Holz drin. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt weg ist, wenn ich den wegbaue. Aber egal. Das ist dann weg. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich geh aus der Hülle raus. Da ist eh nix. So. Den muss ich die Steine. Jetzt muss ich deinen Boden aussuchen einmal. Kann man mal Stein fließen? Wolltest du einen Fließenboden oder? Ich möchte immer noch gern Metall fürchten als Fließen. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Dafür brauchst du einen Amboss. Ähh. Holzboden. Ne Steinboden ist schon cool. Schwarz-Weiß-Marmoriert. Du kannst da auch hinmachen. Ich glaube wir wollen ja auch. Du kannst da auch hinmachen. Mhm. Hinmachen. Das ist echt so. Du kannst den Klo... Schwarz-Weiß-Marmoriert? Du kannst dir Klo bauen und da macht er andere Sachen. Ja cool. Kannst du aber auch Pflasterstein machen. Sieht auch schön aus. Schau mal an, her, schön. Oh, du. Bitte? Auch Pflasterstein machen. Sieht auch schön aus. Was? Im Haus drinnen? Nee. Max, schaut euch das an. Oder Marmor. Im Boden. Im Marmorboden. Da liegt was. Gefällt euch der? Der Block, ja. Gefällt euch? Geht schon, ja. Marmor. Marmor kann ich auch machen. Sieht aber als Boden schön aus. Marmor. Was? Oder so grünlich? Nee, ich meinte eigentlich den 1,2,3,4. Ach so, warte, im 4., das ist so grün, den da? Ja, den ist so grünlich, so grün-weiß. Soll ich den machen? Sieht als Boden gut aus. Ja, dann mach ich den, in 3., weil der geht ja unten weiter. Mhm. Du kannst weiter runterdrücken, gell? Da gibt's noch mehr Auswahl. Wo ist sie? Wer drückt wo was hin? Bei Marmor. Schau mal, Max. Bei Marmor. Ich drücke mal zweimal Hulu. Ich schau mal, was da noch was an. Stein fließen. Ah, da gibt's nur 3. Ah, da gibt's nie. Schlischen? Nein, ich hab dir in meinen Axt geworfen. Amen. Das ist Amen. Amen, Tohle. Hast du bei den Marmorfliesen geschaut? Mh. Also machen wir den Gränlichen. Das sieht für dich am schönsten aus, oder wie? Bitte? Das sieht für dich am schönsten aus. Aber mir ist das egal. Mir auch. Was ist denn dir gefallen? Uns. Wir wohnen alle da drinnen. Mir gefällt alles, was du brauchst. Ach so, hey, ich muss nicht bauen. Was? 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 Also nimm mal den Grünlichen. Yes, I can do that. Wie viel brauch ich denn da? Nimm mal den anderen. Wir machen mal 25. Wo willst du anfangen? Dudeldei. 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 Klar. Okay. Fangen wir mal an. Wo willst du denn anfangen? Hier, da irgendwo, ne? Oh, Regenwurm. Hallo! Ich seh alles, wie du brauchst, Woyo. Hm? Ich seh alles, wie du brauchst. Und ich renne noch ein bisschen im Kreis rum. Ob wenig zu tun. So, das waren 25. Mhm. Ich geb's aber nicht viel aus. Hehehehe. Oh, Regenwurm. Hallo! Ich bin auf dem Comic. Ich bin ein Föger rein. Ah ja ja ja, ja ja! Ah ja ja! Ah ja ja ja! Oh ja ja ja! Ich bin ein Föger. Was mit Eieiei-Holo? Ja nix. Was tut denn weh? Nix. Ja weh, nix. Nix gibt's nicht. Für mich schon. Nein. Was tatsächlich soll, das Spiel ist erstaunlich gut. Wir kommen eh nicht voran. Ähh. Geh. Was ist mit Geh? Also Geh-Stock oder Gehhilfe? Nee, ich mach da grad ein Blut. Na, geh weiter. Geh weiter. Die zweite Maus läuft gedrückt und mehrere Blöcke. Ahhhh. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Außerert. Geh. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter.